hallo liberalen freaks herzlich willkommen zum tutorial zu meinem jahresplaner ich habe jetzt den jahresplaner in der version 5.0 fertiggestellt also wir sind schon fünf jahre tatsächlich dabei mit diesem jahresplaner den gibt es bei uns auf der homepage zu kaufen ja tatsächlich zu kaufen für wenig geld finde ich ich habe da sehr viel arbeit reingesteckt und ich möchte euch heute in diesem video zuerst die neuerungen zeigen was hat sich gegenüber der version 4.0 verändert ich habe aufgrund meiner greenkeeper ausbildung an der doyler in kempen doch eine ganze menge verändert die erkenntnisse die ich da gewonnen habe habe ich in den jahresplaner jetzt einfließen lassen in die version 5.0 ich zeige sie euch gleich ich zeige die veränderungen ich zeige da noch mal im schnellverfahren der jahresplaner anzuwenden ist ja und dann zeige ich zum schluss noch mal ein paar tipps wie ihr vielleicht auch die eine oder andere formel noch mal verändern können wenn ihr das wollt da gab es schon mal eine anfrage ja also legen wir los schalten wir oben auf die excel datei ich starte jetzt mal hier die aufnahme was hier neu ist am jahresplaner 5.0 fangen wir mal vielleicht auf der ersten auf dem ersten reiter an ich habe hier die einträge für die hauptnährstoffe die habe ich angepasst es gibt ja dieses nährstoffverhältnis weil ich was ich in diesem video hier schon mal erklärt habe von 1 zu 0,3 zu 0,8 zu 0,2 für stickstoff phosphor kalium und magnesium das ist jetzt hier eingearbeitet also hier braucht man nur noch den stickstoff eingeben und dann errechnet sich jetzt sagen wir mal hier 20 und dann errechnet sich hier automatisch der wert für die anderen hauptnährstoffe nach der formel die halt eben von den profis so vorgegeben ist dann könnt ihr noch eine anpassung vornehmen aufgrund eurer bodenanalyse darüber haben wir auch in dem video gesprochen ja dann habe ich hier einen bereich dazu gefügt um eine bodenanalyse hier einzutragen und auch direkt vor augen zu haben hier zum beispiel jetzt mal mein ergebnis von der lufer aus dem november letzten jahres und das hatte ich auch schon ausführlich erklärt in dem letzten video und hier kann man eben dann einfach um überblick zu haben die ja die messergebnisse eintragen und dann eben entsprechend auch darauf hier oben mit den nährstoff mengen reagieren so weiter hat sich hier eigentlich nichts verändert dann genau haben wir hier nach wie vor unsere übersichtstabelle die produkt tabelle die habe ich auch nur etwas vereinfacht da habe ich jetzt hier eine bemerkungsspalte zugefügt weil ich interessant fand hier noch ein paar informationen zu den nährstoffen einzutragen habe ich jetzt nicht überall gemacht könnte man noch weiter ergänzen also zum beispiel hier novatec dass das eben ein nitrifikationshemmer ist also die eben die umwandlung von ammonium in nitrat hemmt oder ob es ein langzeitdünger ist oder vielleicht auch wie viel gramm bei einem bestimmten produkt auf die fläche gestreut werden sollte ja die habe ich ein bisschen vereinfacht hier die tabelle und das entscheidende das ganz neue das wichtige ist hier im dritten reihe reiter die rubrik nährstoffe und hier habe ich die erkenntnisse das kann wir ein bisschen größer machen sehe ich gerade genau auf 100 und hier habe ich die erkenntnisse aus meinem greenkeeper lehrgang eingetragen also was sind tatsächlich die sinnvollen nährstoffmengen im boden hier zum beispiel für die haupt nährstoffe habe ich ja auch in dem letzten video ausführlich erklärt was sind die optimal bereiche für die micro mikronährstoffe hier noch einen punkt den habe ich dem letzten video nicht erklärt dass die grundsätzliche empfehlung ist ja hier 1 zu 0,3 zu 0,8 zu 0,2 aber wenn man jetzt bestimmte gräser dominant in seiner rasenfläche hat dann kann tatsächlich dieses verhältnis ein bisschen angepasst werden dann sollte das verhältnis aus meiner sicht sogar ein bisschen angepasst werden also zum beispiel ist bei der festukarubra das verhältnis von stickstoff zu kalium tatsächlich eher 1 zu 1 also da ist die 0,8 für kalium vielleicht ein bisschen zu wenig wenn man eine reine festukarubra fläche zum beispiel hat auch bei der poapratensis gibt es leichte abweichungen das sind nährstoffgehaltsmengen die man im schnittgut festgestellt hat und da kann man jetzt natürlich auch dann seine ganz individuelle düngergabe ein bisschen darauf abstimmen dann habe ich hier nochmal den kalkgehalt im boden mit aufgenommen was ist kalkfrei was ist sehr kalkhaltiger boden als information ich habe hier die ph werte nochmal aufgenommen um ein gefühl dafür zu kriegen was bedeutet eigentlich ein ph wert und hier mal so die vergleichssubstanzen mit drauf genommen einfach weil ich das interessant fand gut also das sind die veränderungen die in den jahresplaner eingeflossen sind und jetzt möchte ich euch im zweiten step nochmal kurz erklären wie das eigentlich funktioniert der jahresplaner genau ihr kriegt tatsächlich diesen jahresplaner so ausgefüllt ihr müsst dann hier eure rasenfläche eingeben 450 quadratmeter also die entsprechende rasenfläche ganz wichtig alle roten zahlen in diesen tabellen sollten also alle felder mit roten zahlen sollten nicht geändert werden da stecken nämlich formeln hinter also da möglichst nichts daran ändern dann habe ich hier mal meine planung für dieses jahr eingetragen und sehr so grundsätzlich aufgeschrieben wie jetzt so eine ja ich sag mal eine rasenfreak jahresplanung aussehen sollte also angefangen bei der bodenanalyse irgendwo januar februar vielleicht dann das kalken um rechtzeitig vor der ersten düngung den ph wert anzupassen dass man zwei bis vier wochen vorm start im märz um das wurzelwachstum zu fördern durchaus schon erifizieren sollte und sanden also mit holspuns erifizieren und sanden dann kommt irgendwann die physizien blüte oder wir haben endlich die 8 grad im boden das ist ja dieses früher alles alles völlig durcheinander aber ich sag mal physizien blüte das ist so immer noch ein guter zeiger für die erste düngung und dann geht das so weiter und dann kann man eben oft düngen man kann selten düngen das müsst ihr dann tatsächlich selbst bestimmen ich habe hier mal meinen plan den ich mir so vorgenommen habe für dieses jahr eingetragen das könnt ihr alles raus löschen und dann ja von vorne anfangen wichtig ist man fängt tatsächlich mit seinem zielwert für stickstoff an ich habe jetzt mal hier so eine komische zahl da so ein komischer ich hoffe das sieht ja nicht aus so 20 ja genau ich habe jetzt mal hier einfach 20 gramm stickstoff eingetragen und jetzt habe ich zum beispiel ja hier ein problem mit phosphor und er sagt bei 20 gramm stickstoff bräuchte ich 6 gramm phosphor pro quadratmeter pro jahr auf der fläche da habe ich gesagt nö also mir reicht ein gramm phosphor dieses jahr weil ich halt viel zu viel phosphor im boden habe und hier unten schmeißt euch dann die ergebnisse nach eurer jahresplanung aus die anderen werte habe ich mir einfach so gelassen gut das ist das einzige was ihr machen müsst und dann könnt ihr noch hier eure ziele angeben wie oft ihr eine bodenanalyse machen wollt wie oft ihr lüsten wollt vertikutieren errifizieren sanden und so weiter das könnt ihr eigentlich einfach willkürlich vorgeben um es dann später mit dem plan abzugleichen errechnet euch auch auf basis der groben der ganz groben kosten für die dünger aus was ihr so an geld pro jahr für eure dünger ausgeben müsst aber es sind wirklich nur ganz grobe anhaltswerte das ändert sich jetzt gerade so krass gut okay und wie funktioniert das jetzt ja also ihr fangt hier einfach an ich lösche jetzt mal ich lösche jetzt mal einfach hier die dünger heraus so schmeißen die einfach mal raus zack gut dann schmeißen wir mal die düngermengen hier raus jetzt mal mit der maus machen sollen zack genau und jetzt seht ihr hier steht 0000 und auch hier in unserer schönen übersicht ist jetzt sind nur die zielwerte drin und nicht die istwerte so und jetzt sagt ihr euch naja ich will dreimal im jahr düngen ich will 20 gramm stickstoff düngen 1 gramm phosphor und jetzt kann ich mir eben sagen hier märz erste düngung jetzt suche ich mir hier mit dem pulldown menü da suche ich mir jetzt meinen startdünger aus für die erste düngung und ich habe ja gerade jetzt gesagt ich will kaum irgendwie phosphor düngen oder nur sehr wenig phosphor düngen und da ist zum beispiel ja was ist denn da für ein schöner dünger hier zum beispiel der nero nehmen wir den nero der ist jetzt von gras hopper kann auch jeder andere dünger sein ganz egal den nero und den schmeißen wir jetzt mal mit was weiß ich 30 gramm pro quadratmeter oder 35 gramm abbrechen oder 35 gramm pro quadratmeter auf die fläche das sind dann ungefähr 15 kilo und dann seht ihr schon dass sich hier was verändert hat aha wir haben in der ersten düngung tatsächlich 3,5 gramm stickstoff damit schon auf die fläche gebracht 1,4 gramm kalium und 0 gramm magnesium ok gut ist ja in ordnung so dann wollen wir alle alle sechs bis acht wochen düngen also düngen wir jetzt hier wieder im mai ende märz anfang mai dann nehmen wir nochmal den nero weil wir natürlich gerade in der garage haben und hauen da wieder 35 gramm drauf und dann im juni juli da wollen wir nicht ganz so viel stickstoff düngen vielleicht ein bisschen mehr kalium um die pflanzen stressresistent zu machen da können wir ja was nehmen wir denn da nehmen wir mal jetzt einen anderen dünger zum beispiel nehmen wir hier den florian twin eagle k ganz wirkürlich mal ausgesucht der hat also deutlich weniger stickstoff und sehr viel kalium dann nehmen wir auch mal was weiß ich 30 gramm hier oder 35 gramm nehmen wir die gleiche menge machen uns das einfach und ja dann kommen wir hier in august september da düngen wir dann nochmal da brauchen wir jetzt auch nicht mehr ganz so viel stickstoff und schon auch mehr kalium also nehmen wir nochmal den florianite twin eagle k mit 35 gramm und dann schauen wir uns mal vergebnis an und dann seht ihr schon oh dann seht ihr schon aha also stickstoff hat nicht ganz gereicht kalium ist ein bisschen zu viel schon wir wollten nur 16 gramm kalium streuen aber haben jetzt 19 gramm schon gestreut phosphor ist null gar nicht schlecht also hätte nicht null sein müssen also was ist zu tun also wir können natürlich eins machen wir können sagen okay wir können hier mal den den nero ein bisschen hoch nehmen 45 gramm pro quadratmeter zum start in die saison und nehmen hier den florianite ein bisschen runter ne 30 wollte ich nehmen so und dann sind wir hier tatsächlich schon ups weg da weg dann sind wir hier schon mal ein bisschen mit dem kalium runter gekommen und mit dem stickstoff sind wir ein bisschen hoch gekommen ist aber nicht so ganz optimal also gefällt mir nicht also dann ist vielleicht doch dieser twin eagle gar nicht so der richtige dünger also nehmen wir jemanden nehmen wir vielleicht einen dünger der ein bisschen ausgeglichener ist ich sehe hier gerade zum beispiel hier den baser top wo war das hier der hier der baser top nk wir haben tatsächlich die idee im herbst nochmal nachzusehen da ist so ein ganz bisschen phosphor vielleicht doch gar nicht so schlecht also setzen wir hier im herbst erst mal den baser top nk rein mit 30 oder 35 gramm sogar und schauen hier dass wir im sommer einen dünger nehmen der ein bisschen ausgeglichener ist der also hier vielleicht den fertile swing mit 35 gramm so und dann sind wir hier tatsächlich schon gar nicht so schlecht unterwegs wir haben 20 gramm stickstoff pro quadratmeter pro jahr geplant sind jetzt bei 18,8 bisschen weniger als geplant gar nicht so schlecht könnte man noch ein bisschen anpassen phosphor 1 gramm stickstoff perfekt kalium ganz bisschen zu hoch ja ok das gefällt mir aber nicht schlecht das würde ich sogar so lassen vielleicht nehme ich noch eine düngung dazu dass man sagt ok ich mache hier nicht nur zwei düngungen mit dem neromix sondern ich gehe hier im juni nochmal auf den auf den neromix mit 10,04 und reduziere dadurch ein bisschen die anderen mengen gehe also hier mit 35 nochmal rein und ändere hier auch auf 35 und hier auch auf 35 oder lass die 45 starte in die saison schauen wir uns das ergebnis an oh ja das ist jetzt ein bisschen viel also das war doch nicht so gut also also gehen wir bleiben wir doch hier bei 35 und dann machen wir hier 30 und so und das ist genau das was ich euch vermitteln will so hangelt man sich dann hier durch so sucht man sich dann die dünger aus die man gut findet bis man tatsächlich hier ein ergebnis zusammen hat was ganz gut passt und ihr seht das geht hin und her das geht rauf und runter und das ist halt die große zauberei das ist die große zauberei ja die dünger so zu wählen dass am ende die dass am ende die nährstoffmengen auf die fläche kommen die man sich so vorgestellt hat und das ist tatsächlich eine bastelei das ist tatsächlich ja das ist so ein trial and error würde ich sagen und deswegen habe ich eben hier eine ganze Reihe von Produkten hier schon eingetragen die ihr verwenden könnt ihr könnt auch weitere Produkte hier dazu nehmen ihr müsst ein bisschen aufpassen wenn ihr die Tabelle erweitert dann müssen hier hinten diese Rechnungen drin bleiben also besser ist es tatsächlich wenn ihr andere Produkte verwenden wollt von welchem Hersteller auch immer dass ihr einfach dann diese Produkte in der Tabelle rauslöscht und eure eigenen Produkte eintragt hier entsprechen die Stickstoffmengen die Angaben in Prozent die auf der Verpackung stehen und dann rechnet die Tabelle sofort kann ja mal machen hier mal einen kleinen Test machen hier der Test nehmen wir einen Test hier rein und sagen hier einfach ganz schnell mal ist jetzt ein 20 Kilo Sack der kostet was weiß ich 80 Euro alles teuer geworden und der hat jetzt meinetwegen der Test hat 15 0 15 und hier hat er 3 so also den haben wir jetzt drin wenn ihr jetzt in den Jahresplaner geht und diesen Test hier verwenden wollt dann ist er sofort da dann ist hier unten sofort der Testdünger da und passt hier sofort das Ergebnis an und ihr seht der hat sich schon wieder verändert so und so arbeitet ihr mit dieser Tabelle wenn ihr Fragen habt schreibt mich gerne an wenn ihr da nicht mit klarkommt meldet euch im Prinzip war das das schon was ich euch hier vermitteln wollte es gibt so ein paar Sachen die ja die ihr euch gewünscht habt zum Beispiel kann man eben hier auch die anderen Tätigkeiten mit eintragen also Topdressing zum Beispiel oder Kalken oder was auch immer und bei manchen fehlte da an der Stelle dann eine Tätigkeit und hier habe ich aber jetzt schon eine ganze Reihe von Tätigkeiten vorgegeben da könnt ihr natürlich hier einfach das ändern in Test zum Beispiel und dann habt ihr eben hier sofort in diesem Pulldown Menü eure Tätigkeit die ihr jetzt speziell auf eurer Rasenfläche durchführen wollt also da braucht ihr bloß da hier in der Tätigkeiten Übersicht einfach diese Felder zu verändern ich mach das mal wieder rückgängig so und ja ein bisschen schwieriger ist es diese Tabelle zu erweitern und da hat Excel eine sehr interessante Formel das ist jetzt der Tipp zum Schluss wie ihr das machen könnt also ihr wollt die Tätigkeitsliste erweitern und ihr geht hier in dieses oberste Feld um das Feld nachher runter zu kopieren und geht hier auf Daten überprüfen und dann kommt ein Feld dann poppt ein Feld auf und hier ist die Quelle hier ist die Quelle und jetzt seht ihr schon hier ist die Quelle für dieses Pulldown Menü eingetragen und hier könnt ihr jetzt natürlich eure Quelle verändern das geht von U41 bis AF41 jetzt könnt ihr natürlich das bis AG41 erweitern und wenn ich jetzt hier mal ja was kann man da rein nehmen Test 2 reinnehmen reinnehme dann ist tatsächlich hier zumindest jetzt in der obersten in diesem obersten Feld Test 2 mit drin dann habt ihr also damit euer Pulldown Menü erweitert das ist genau die Funktion in Daten und dann in dieser komischen Bezeichnung hier pop auf na komm Datenüberprüfung in Datenüberprüfung da ist halt diese Funktion hinter versteckt diese Pulldown Menüs zu erzeugen und die müsst ihr natürlich jetzt runter kopieren sonst habt ihr natürlich hier das Pulldown Menü nicht in allen Feldern drin wie das bei Excel so üblich ist ja das soll es soweit gewesen sein mit unserem Jahresplaner hier hier habe ich nochmal für die die es noch nicht kennen das Kräserwachstum hier mit dargestellt um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen wann muss man wie viel Stickstoff vor allen Dingen düngen oder Kalium düngen wann ist die größte Wachstumsphase das hängt natürlich sehr stark von eurer Region ab wie da bei euch so die Gräser wachsen aber das ist so die ja der Standard wie man ihn in der Literatur auch findet was jetzt so das Gräserwachstum angeht und da könnt ihr euch dann natürlich mit eurem Jahresplaner so ein bisschen dran entlanghangeln das soll es gewesen sein ja ich hoffe euch gefällt mein Jahresplaner schreibt gerne in die Kommentare ob euch da euch noch was fehlt oder ob ihr da noch eine Ergänzung haben wollt der ist jetzt verfügbar im Shop vielen Dank wenn ihr auch mich damit ein bisschen unterstützt das freut mich natürlich und ja und schreibt mir wirklich gerne wenn ihr irgendwelche Probleme habt dann versuchen wir das natürlich zu lösen soweit danke fürs zuschauen macht's gut bis denn tschüss so ausschalten und ausschalten und dann von 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 von